Der Formula Pro Advanced macht automatisch und auf Knopfdruck eine warme Milchflasche. So funktioniert's. Wählen Sie zunächst die Milchpulvereinstellung, die Flaschentemperatur und die Anzahl der Milliliter, die Sie herstellen möchten. Dann drücken Sie auf Start. Die Maschine gibt das Milchpulver aus dem Pulvercontainer in den Trichter und mischt sie mit Wasser in der von Ihnen gewählten Temperatur. Dann fließt es direkt in Ihre Flasche, ohne Luftblasen. Es ist wichtig, dass Sie die richtige Einstellung für die Marke und den Typ des von Ihnen verwendeten Milchpulvers verwenden. Diese Zahl gibt das spezifische Verhältnis von Pulver zu Wasser an, damit der Formula Pro genau dosiert. Sie können die Einstellungen für Ihr Milchpulver auf babybretzer.de finden. Denken Sie bitte daran, dass der endgültige Füllstand der Flasche aufgrund des zusätzlichen Pulvervolumens höher sein wird als die von Ihnen gewählte Anzahl von Millilitern. Der Formula Pro Advanced wurde entwickelt, um Milchpulver und Wasser gleichmäßig zu mischen. Einige Rezepturen, insbesondere Hypoallergene, lassen sich möglicherweise schwerer mischen. Wir empfehlen, die Flasche nach der Entnahme immer auf Klumpen zu überprüfen und sie gegebenenfalls noch mal zu schütteln oder umzurühren. Für weitere hilfreiche Tipps besuchen Sie unsere Formula Pro Advanced Informationsseite oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.